Kein Energiegeld von 300 Euro für Rentner mit einer teilweise Erwerbsminderungsrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage erhalten zum Thema Energiepreispauschale für Rentner. Und zwar hat dort eine besorgte Kundin uns gefragt, ob sie denn die 300 Euro Energiepreispauschale nicht erhält, weil sie nur in Anführungsstrichen eine teilweise Erwerbsminderungsrente bezieht oder sachlich richtig gesprochen Rente wegen teilweise Erwerbsminderung bezieht. Also meine Damen und Herren, der Gesetzgeber ist hier relativ eindeutig. Wer am 1. Dezember 2022 Anspruch auf eine Altersrente, Rente wegen Erwerbsminderung oder Hinterbliebenenrente hat, hat Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale, wenn er seinen Wohnsitz hier in Deutschland hat und wenn er auch hier unbeschränkt steuerpflichtig ist. Das heißt, der Gesetzgeber unterscheidet in keinster Weise, ob sie eine Rente wegen voller Erwerbsminderung am 1. Dezember 2022 beziehen oder eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung am 1. Dezember 2022 beziehen. Wenn Sie also eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung am 1. Dezember 2022 beziehen, keine weiteren Einkünfte haben, keinen Job daneben oder wie auch immer, wo Sie schon im Vorfeld die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten haben, steht Ihnen selbstverständlich, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und hier unbeschränkt steuerpflichtig sind, diese Energiepreispauschale von 300 Euro zu. Ausgezahlt werden soll diese Energiepreispauschale bis zum 15. Dezember 2022, so sagt es der Gesetzesentwurf, der am 5. Dezember 2022 durch die Bundesregierung veröffentlicht worden ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.